ok auf jeden fall ist jetzt nochmal sehr geiles licht hier das nutzen wir natürlich machen wir nochmal ein pov hier kleiner table kurve double hier die sektion ist bisschen komisch 180 grad kurve double table und da war die runde hat man auch hier in der mitte so ne kleine hip sehr geil und das wars auch schon